Das phoenix-Tagesgespräch heute mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages. Guten Tag in der Hauptstadt. Guten Tag. Also Deutschland, so Minister Pistorius, wird ein weiteres 400-Millionen-Paket zur militärischen Unterstützung der Ukraine auflegen. Wie bewerten Sie dieses Paket? Das ist erstmal grundsätzlich von großer Bedeutung und insofern sehr unterstützenswert, weil es, wie Sie gerade auch in Ihrem Beitrag erklärten, es um Munition handelt. Und es muss und bedarf deutlich mehr Lieferungen von Munition, damit die Ukraine sich eben weiterhin effektiv wehren kann. Ja, in dem Interview heißt es dann weiter bei Minister Pistorius mit Blick auf eine mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern aus Deutschland. Ich zitiere, jede Waffenlieferung müsse sehr sorgfältig abgewogen werden. Dabei seien viele politische, rechtliche, militärische und technische Aspekte zu klären. So werde derzeit auch geklärt, ob Taurus überhaupt ohne Unterstützung von Bundeswehrsoldaten eingesetzt werden könne. Soweit der Minister Pistorius. Frau Strack-Zimmermann, mögen Sie das kommentieren? Ja, ich möchte das unbedingt kommentieren. Der Wunsch der Ukraine, der liegt uns vor seit April. Das sind fünf Monate. All die Aspekte, die Sie gerade genannt haben, kann man in kürzester Zeit klären und waren auch geklärt. Es sind immer wieder Aspekte, die herausgeholt werden, wenn man etwas nicht liefern will. Aber genau das ist der Punkt. Das heißt, diese Waffe ist eine Präzisionswaffe, die dazu dient, den russischen Nachschub zu zerstören. Und das ist natürlich von hoher Relevanz, weil wir sehen genau die Stellen, von denen Russland aus die Ukraine von morgens bis abends angreift und deswegen diese Linie zu durchbrechen von hoher Relevanz. Dass man das prüft, selbstverständlich. Da ist die Luftwaffe auch in Lied. Und ich kann Ihnen sagen, alle Bedenken sind ausgeräumt. Wir haben auch genug davon. Wir müssen ja nur einen Teil davon abgeben. Das wäre aber von hoher Relevanz. Und wenn Sie sich heute eine Karte anschauen, wie viel Zeit die russische Armee allein in den letzten fünf Monaten wieder Zeit hatte, um Gräben zu vertiefen, um sich sozusagen in Stellung zu bringen, zeigt, wie fatal das ist, dieses sehr lange Zögern. Und das Argument, und das finde ich besonders bemerkenswert, es müssten, das unterstellt es ja, deutsche Soldaten auf ukrainischem Gebiet sozusagen Hilfe leisten. Das wird nicht vorkommen. Es wird kein deutscher Soldat auf ukrainischem Gebiet eingesetzt. Die Ukrainer können wir hier in Deutschland ausbilden, dahingehend, dass diese Marschflugkörper programmiert werden, unmittelbar vor Einsatz. Das können die Ukrainer. Und wir sollten ihnen vertrauen, dass sie sie so einsetzen, dass letztendlich dieser Krieg verkürzt wird. Denn der wird nur verkürzt, wenn eben Russland entsprechend aufgehalten wird. Frau Strack-Zimmermann, wenn ich Sie richtig interpretiere, sagen Sie also, das Kanzleramt schickt, schickt da also fadenscheinige Gründe vor. Wäre das nicht ein Fall? Immerhin sitzt Ihre Partei ja mit in der Regierung, dass Christian Lindner, Ihr Vorsitzender, da mal richtig Klartext redet mit dem Kanzler? Also, dass diese Fragen geklärt werden müssen, das ist ja unstrittig. Sie sind aber geklärt. Und ich finde, dass diejenigen, die das schlichtweg nicht wollen, dass das unlauter ist, immer neue Gründe auf den Tisch zu legen. Und Sie können sicher sein, dass die Gespräche hinter den Kulissen diesbezüglich auch vor den Kulissen, wie heute Morgen, sehr klar und sehr deutlich sind. Also, wir haben jetzt dieses neue Paket, das heute in Rammstein dann ja mit auch auf der Tagesordnung steht. Da geht es ja um die weitere Unterstützung durch die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe. Frau Strack-Zimmermann, Sie haben gerade die Situation an der Front in der Ukraine schon angesprochen. Wie bewerten Sie denn die Fortschritte, die die Ukrainer dort machen? Es geht ja zwar wohl sehr langsam voran, aber stetig. Wie bewerten Sie die Fortschritte der Ukrainer? Also, es geht stetig voran und die Richtung stimmt. Die Geschwindigkeit ist natürlich nicht so schnell, wie wir uns das alle wünschen. Aber das ist hier kein Wünsch dir was. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir viel tun, aber zu lange zögern. Nicht nur wir, auch die Partner. Und dass deswegen eben die Geschwindigkeit rausgenommen wurde, weil die Russen in der Zwischenzeit, die bekommen die Diskussion hier ja mit, eben entsprechend auch Hürden aufbauen konnten. Ich glaube, was aber wichtig ist, heute Morgen noch zu sagen, Sie sprachen gerade von der UN-Vollversammlung in New York. Anschließend wird Präsident Selinsky nach Washington reisen und sich dort mit Politikerinnen und Politikern des Kongress treffen. Und es liegt dort in der Luft, dass die Amerikaner auch bereit sind, Raketen, entsprechende Raketen den Ukrainen zur Verfügung zu stellen. Auch die Amerikaner gehen gerne zwei Schritte vor und dann wieder ein und zurück. Das sind die sogenannten Attackants, die ungefähr 300 Kilometer Reichweite haben. Und ich gehe davon aus und hoffe sehr, dass in diesem Augenblick dann auch Deutschland endlich grünes Licht gibt, auch die Taurus mitzuliefern. Ja, Sie machen Druck Richtung Kanzleramt in Sachen Taurus. Der NATO-Generalsekretär Stoltenberg macht Druck auch Richtung Deutschland. Er mahnt in diesen Tagen Deutschland an, endlich dieses 2-Prozent-Ziel zu realisieren. Wir sind ja jetzt, glaube ich, bei 1,6 des Bruttosozialproduktes und Stoltenberg erinnert daran, dass es vor langer, langer Zeit bereits, also zu Zeiten des Kalten Krieges, 3 bis 4 Prozent waren, die damals Westdeutschland investiert hat. Werden wir denn in dieser Legislaturperiode, Frau Strack-Zimmermann, diese berühmten 2 Prozent noch sehen oder ist das sozusagen schon in den Stand der Utopie versetzt? Nein, das ist keine Utopie. Also erstmal haben wir das 100-Milliarden-Paket. Das hat ja auch Herr Stoltenberg erfreut und mitbekommen. Und wenn Sie das sukzessive ausgeben in den nächsten drei Jahren, erreichen wir natürlich diese 2 Prozent. Die Frage ist also heute geklärt. Die Frage wird aber sein im Haushalt 26, 27. Und dann in der Tat muss Deutschland noch ordentlich eine Schippe drauflegen. Da reden wir von einem Delta von 30 Milliarden. Ich bin sehr optimistisch, dass wir das hinbekommen. Natürlich ist der Vergleich mit den 70er-Jahren, mit dem 3 bis 4 Prozent, der hinkt etwas. Weil selbst wenn wir heute einen so hohen Etat hätten, Sie könnten das Geld überhaupt nicht ausgeben, weil natürlich die Industrie auch im Laufe der Jahre ihre Kapazität zurückgefahren hat. Also Geld alleine ist nicht alles. Die Beschaffung wird schneller, sie muss auch schneller werden. Die Kapazitäten der Industrie müssen hochgefahren werden. Und all das gibt ein Paket, das wir ab 27, 20, 27 diese 2 Prozent definitiv liefern müssen und auch werden. Sagt Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die Vorsitzende des Verteilungsausschusses des Deutschen Bundestages. Ich sage vielen Dank für Ihre Zeit und einen schönen Tag noch in die Hauptstadt. Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.